Eins, zwei, drei, vier Freitags willst du dich amüsieren Ja, du willst was erleben Also gehst du dahin, wo die Szene ist Da sind dann die Szene-Typen Du zahlst Eintritt für muffige Luft Die Musik ist laut, du kannst dich reden Ein Bier, das kostet teuer Geld Und du weißt nicht, das ist nicht deine Welt Und dann gehen wir wieder nach Hause Denn das ist teuer und kostet kein Geld Und im Zuhause ist es doch am schönsten Am allerschönsten auf der Welt Am allerschönsten auf der Welt Am allerschön-ö-ö-ö-ö-ö-öchsten auf der Welt Komm, Freitags, willst du dich amüsieren Ja, du willst was erleben Also gehst du dahin, wo die Rockbands spielen Das ist da, wo die Plakate kleben Doch die Bands klicken alle gleich Und sie sehen alle gleich aus Und auch du denkst, was sie können, das kann ich auch Und du stellst den Akkordeon vor den Bauch Und dann gehen wir wieder nach Hause Es ist billig und fast kein Geld Zuhause ist es doch am schönsten Am allerschönsten auf der Welt Am allerschönsten auf der Welt Am allerschön-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-öchsten auf der Welt Ja, freitags willst du dich attestieren, ja, du willst was erleben, also gehst du dahin, wo die Rockbands spielen, das ist da, wo die Plakate kleben, du zahlst items für muffige lust, die Musik ist zu laut, um zu reden, ein Bier, das kostet teuer Geld, und du denkst, das ist nicht deine Welt, und dann gehst du nie mehr nach Hause, denn mit Rotten und hast du dein Geld, und wenn du schlecht bist, dann gehst du dein Publikum, dem aller Schlechtesten aus der Welt, dem aller Schlechtesten aus der Welt, dem aller Schlechtesten aus der Welt, ihr seid das beste Publikum! Das war die Chance von Michael Wader, der da oben im Himmel ist, und das Konzert finden wir unserer Freundin Dada, die auch da oben im Himmel ist, und scheiße, wir lieben es. Wir sehen uns in 10 Minuten am Mörgstein, wir versuchen unser Bestes! Moment, Moment, Moment! Unsere fantastische Crew, guck mal her! Sven, guck mal hier, wir haben eine fantastische Crew! Sven hier! Ausgegeben von Benz, Borussia, Turi Wagen, Wiener! Also, Clemens, Clemens, komm her, Clemens, Clemens, Clemens Schwabe, der war im Luft schon Licht, man, heute hat er sich angeboten, heute ist er, da ist er! Clemens, komm her! Ich bin noch da! Harris Jones hat wunderbar gemischt, pssst! Wir müssen jetzt erstmal, da kommt er! Ah, da kommt, da kommt! Da kommt Clemens! Wir wollen noch mal die Leute vorstellen, die geholfen haben, das so schön zu machen. Wir sind viel wichtiger als wir! Und wir machen jetzt mit euch einen kleinen Selfie, rückwärts! Ja, da! Clemens! Harris Jones hat wunderbar gemischt, viel zu gut für diese Band! Achtung! Achtung! Wunderbar! Dankeschön! Und jetzt kommt DJ Evie Nopfer und wir tanzen jetzt alle, ihr könnt uns Bier ausgeben, wir gehen zu Mölkstein! Wir können uns reden oder uns anschnürten oder was auch immer ihr wollt! Danke! Das viele Menschen, wir gehen zu Mölkstein! Wir werden einfach das Verbrenner heute um ihn zu especiallyernfendimieren, wir machen unsere разные Musik... Vielen Dank.